Und er dort so schaue, wo ist er? Oder sie? So, jetzt dann. Jetzt kommt einige. Genau, kämpf dich durch. Du wirst auch noch nicht, ob so ein Kindler dabei ist, bei der Regel. Und wann gibt es das, also wie viele Wochen gibt es das? Zwölf Wochen. Das ist die ideale Zeit. Auf dem Video schauen sie viel größer aus als sie sind. Ah, viel wühlt sind sie. Sie lässt sich über sich ergehen. Die schläft immer noch. Eigentlich glaube ich, wie sie kämpfen. Schau da noch an. Das ist ja einer. Die kleinen Schwänze, so mini. Der kommt vom kalten Buffet, kannst du sagen. Wie viele Zitzen hat man denn? Vier? Ich glaube die sechs. Sechs? Aber bis zu Sechse können sie akkrieren, gell? Ja. Aber in den ersten Tagen hat nicht jede Zitze die Möglichkeit. Und was ist das, wenn sie dann Sechse hat? Nein, schau da. Nein, schau da, sie ist weg. Nein, schau da, sie ist weg. Nein, schau da. Nein, schau da, sie ist weg. Wie viele, die sind weg.